Ja, damit ich heute auf meine 10 Videos komme, machen wir auch noch den Kräutertee und den Spiegelhühner dazu. Also, hast du jetzt aufgesetzt, dann kommt noch hier ein Kräutertee, der gute von Allnatura. So, einmal ein Kräutertee hinein. Und, wir werden jetzt jetzt noch ein Kräutertee. Wir brauchen noch eine Minute für das Wasser. Machen wir aus. So, ich spüre wieder ein zweiter Teil. Der Kräutertee ist fertig. Bezogen. Das müssen wir hier rausnehmen. Und, äh, den Pümmel nehmen. So. Dann kommt da ein halber Tebelspuhl rein. So. Und aufschütteln. So. Und, äh, fertig ist der nächste dahinter. So. So. Wir haben schon das Glas. Wir müssen jetzt mal das Glas holen. Das Glas. Ja. Alles klar, waren wir hier. Und dann nögen wir das um. Damit das eine Spirulina mit Schaum drüben wird. Sieht aus wie Waldmeister mit Schaumkrone, es hat nur Spirulina, aber auch süß. Durch den Süßschau. Ja, das war's dann schon wieder. Alles kein Ruckerei, haben wir den Spirulina auch in der Kamera und tschüss. Das war's dann.